Schlüssel zur Kanalisation, ok? Jetzt ist natürlich die Frage, wo geht's zur Kanalisation, ne? Das heißt jetzt wieder hier suchen, ne? So, da oben geht's ja nicht weiter. Moment, eigentlich müsst ihr doch wieder ins Anfangsgebiet, ne? Könnten wir eigentlich mal hingehen. Boah, ich seh diese Fledermäuse einfach nicht. Lasst mich doch einfach in Ruhe. So. Dann würde ich fast sagen, wir gehen einmal zurück an den Anfang. Und gucken dann, weil da unten gibt's zum Beispiel ja noch ein Schloss, ne? Da oben. Du heilst mich jetzt bitte erstmal voll. Und dann gucken wir, ob's da irgendwo in die Kanalisation weitergeht. Das ist Garten. Ah. Na, sieh mal einer an. Warte geht's. Tja, jetzt ist ja die Frage, wo möchte ich zuerst hin, ne? Okay. Ähm. Vergiftet wieder mal, ne? Ähm. Nimm, 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 nimm. Haha. Äh, nee. Hier. Oh, war lauter rumspielen hier. Nicht schön. Zum Glück haben wir hier gespeichert. So. Kann man hier nicht? Achso. Okay, ich hab schon verstanden, ne? Es waren da schon wieder, ne? Ich muss ja einfach durchlaufen, ne? Komme ich nicht drum rum. Boah, diese Fledermäuse, die ich nicht sehe, ne? Mist, du Biest. So was von abartig, nervig. Falsche Knopf, falsche Knopf. Ne, 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 ne. Moment mal. Oh, ich krieg die Krise mit diesen Biestern hier. So, ich brauch die hier. Nee, ne, ich brauch die hier. Oh, ich komm heute irgendwie mit den Tasten nicht klar, ne? Bringt nix. Bringt nix. Oh, Mann, ich hab das Ding doch getrunken. Mann. Ist so anstrengend. Wie, jetzt das Ganze nochmal? Na, ich hab's schon gut. Na, ich hab's schon gut. Na? Das war jetzt schlecht, ne? Das war jetzt so richtig schlecht. Alles mitnehmen. Kann ich eigentlich auch hier kochen? Nee, ich glaub, hier kann ich nicht kochen, ne? Moment. Wie ich die noch am besten mache, weiß ich auch noch nicht. Dachte ich mir doch fast. Und das alles nur für ein paar Münzen. Okay, aber 25 Münzen sind nicht schlecht, ne? Meine Gesundheit geht halt gerade noch wieder. Sowas von den Kellern, ne? Na, erst ein paar Halteren hergestellt, ne? Und jetzt hab ich schon wieder das Problem, dass ich fast keine mehr habe. Komme ich da eigentlich hoch? Ja. Okay. Raum abgeschlossen. Na klar. Wollt ihr mich verarschen? Wie soll ich denn da rüberkommen? Okay. Wie kommt man hier bitte weiter? Wie kommt man hier weiter? Ach, warte mal. Da oben seh ich was. Seh ich da oben irgendwie so einen Stricker, da wo ich rüber gehen kann? Ist jetzt das hier eigentlich gespeichert worden? Ne, natürlich nicht. Okay. Der musste mich natürlich jetzt wieder treffen. Bäh. Wirklich. Ach, diese Fledermäuse, ne? So was nerviges. Ich hasse die Bieste. Wenn man die wenigstens anständig sehen würde. Aber nö. Fledermaus says no. Jetzt sieht man die. Na, kommt her. Du möchtest auch noch geschlachtet werden. Du kriegst erst mal einen Feuerball in den Arsch. Darfst mal genauso brennen wie ich. Sterb. Wow, das Ding habe ich nicht vergiftet. Sehr schön. Kleiner Lichtblick, ne? Oh, wir haben wieder 37 Pfeile, ne? So, da kommt die nächste Fledermaus. Ich sehe sie ganz genau und sie hittet mich trotzdem. Und dafür kriegt sie jetzt eins ins Gesicht. Und sie gibt mir natürlich auch dafür nichts. Mann, 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 Mann. So, dann müsste ja oben nicht noch eine Fledermaus sein. Dacht es mir doch fast. So, jetzt ist wirklich die Frage, ne? Ich würde eigentlich gerne speichern gehen. Aber das Problem ist, Wie komme ich jetzt da rüber? Da oben sehe ich was, ne? Aber Hm. Natürlich jetzt eine gute Frage, ne? Kann man da nicht auf einer Leite hier casten? Nö. Warte mal, ich hätte vielleicht noch eine Idee. Okay. Okay, aber zumindest Warte mal, kann ich eventuell auch mit den Zaubern anvisieren? Weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt... Oder warte mal, warte mal, warte mal. Hat der hier gespeichert? Hat der hier gespeichert? Oh ja, sehr schön. Oh Gott. So, dann werden wir uns vorab mal den Trank reinziehen. Tatsache. Aber Aber so bringt das nicht wirklich viel, ne? was ich ja nicht? Oh ja, Feuer würde schon mehr Schaden machen, ne, aber... Mühsam hier nennt sich das Eichhörnchen, oder? Wie war das? So komme ich mir zumindest gerade vor, ne? Ach, da ist ja sowieso eine HP-Anzeige. Okay, aber zumindest weiß ich jetzt, wie er geht, ne? Zumindest weiß ich jetzt, wie er geht. So, einmal den hier reinziehen.